Hallo, Lars hier von it-zeugs.de und in diesem Video geht es um das Anpassen von Zellenhöhe und Zellenbreite an die Inhalte der jeweiligen Zelle. Legen wir direkt los. Und zwar haben wir folgende Problematik. Wenn ich hier einen Text habe, dann kann der zu groß sein. Und jetzt kann ich die Breite automatisch anpassen über Start im Startriffen, Format, Spaltenbreite automatisch anpassen. Es geht aber auch noch einfacher. Und zwar kannst du einfach auf den Rand doppelklicken der Zelle, die es betrifft und doppelklicken. Und zack, und schon ist die Breite automatisch angepasst. Was haben wir aber noch für Möglichkeiten? Und zwar gibt es noch etwas Wichtiges. Und zwar kann ich den Text ja auch umbrechen in der Zelle. Dazu muss ich an die entsprechende Stelle gehen. Kleiner Tipp noch, wenn du es noch nicht weißt, du kannst doppelklicken und direkt in die Zelle springen. Dann drückst du Alt-Enter. Und schon hast du einen Umbruch. Jetzt kannst du wieder die Breite automatisch anpassen. Jetzt haben wir hier ein Problem, dass der Text standardmäßig nach unten ausgerichtet ist. Das lässt sich ändern. Anklicken. Rechte Maustaste. Zellen formatieren. Vertikal oben. So, wollen wir hier ein Zeilenumbruch. Auch wieder reinklicken, doppelt. Alt-Enter. Enter. Breite anpassen. So. Du kannst übrigens auch die Höhe anpassen. Also wenn hier die Höhe verstellt wäre, auch einfach einen Doppelklick machen. Und schon passt die Höhe wieder. Das war es jetzt auch schon wieder zu dem Video. Ich hätte noch eine Bitte. Ich freue mich über ein Like. Und natürlich auch über ein Abo. Und ich sage schon mal Tschüss. Und wir sehen uns im nächsten Video. 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 Und wir sehen uns im nächsten Video.